Okay, wir haben hier Schokolade und was macht er? Der schneidet die, der nimmt die jetzt in eine andere Formation. Okay, und jetzt ist es quadratisch. Und hey, jetzt hat er ein neues Stück. Unendlich viel Schokolade. So Leute, wir testen das aus. Unendlich viel Schokolade. Kann das funktionieren? Ich bin gespannt. Hier, wir haben hier die Schoketten. Okay, machen wir jetzt hier mal auf. Und ich bin jetzt gespannt, ob das wirklich funktioniert. Das stimmt, habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen. Auf jeden Fall legen wir das jetzt mal genau so hin, wie im Video. Wir haben die hier so hingelegt. Hier vorne. Und dann haben die mehrere Reihen gemacht. Siehst du? Das ist so. Genau, der hat die so zusammengelegt. Also, er ist jetzt so hingegangen. Er hat erstmal hier so gemacht, um es alles ein bisschen zu separieren. Warum hat er das so separiert? Ich weiß nicht, aber wir wollen es ja... Wenn wir es machen, dann machen wir es richtig, dass wir uns hier was vorwerfen können. Wir gehen hier so hin, okay? Jetzt hat er die genommen. Und? Jetzt ist er so hingegangen. Warte, wo hat er den nochmal genommen? Das ist eine gute Frage, gell? Nee, ich glaube, der hat jetzt einfach angefangen. Nee. Ich muss mir das Video nochmal angucken. So Leute, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, wie er es gemacht hat. Er hat hier die runtergenommen. Er hat die immer hier seitlich dazu genommen, okay? So, hat die immer so hier dazu genommen. So Leute, ich bin super gespannt, ob das wirklich funktioniert. Dann nehmen wir den hier runter, den hier hier hin, den hier hier hin. Und schon haben wir hier, wie es der gemacht hat, dieses Quadrat. Und jetzt müssen wir das hier ja einfach nur hochschieben. Aha. So zur Seite. Was? Digga, nee. Und wir haben ein extra Stück. Hä? Hä? What? Was? Was? Digga. Hä, als ob das funktioniert. Leute, unendlich viel Schokolade. Wir haben genauso viel wie vorher. Hä? Guck dir das mal an. Wir haben genauso viel wie vorher. Digga, leg mal den einen auf die Seite und mach es nochmal. Okay, Leute, wir versuchen es nochmal, okay? Wir legen den hier auf die Seite und wir machen es nochmal. Wir haben hier ein extra Stück. Ja, jetzt bin ich jetzt sehen, Alter. Wir gehen hier runter. Okay. Nehmen die hier alle so zusammen. Genauso wie es der gemacht hat, okay? Der hat das hier immer so runtergenommen. Hat die hier so runtergenommen. Hat die hier so runtergenommen. Genau. Hat den hier genommen. Die hier runtergenommen. Hat dann diese Reihe gehabt. Jetzt die hier nach oben geschoben. Ja. Und wieder ein extra Stück. Digga, nein. Wahnsinn. Was? Okay, Leute. Digga, das funktioniert ja wirklich. Geil, Mann. Ich bin fasziniert. Digga, wir müssen nie wieder Schoketten kaufen. Echt so. Unendlich viel Schokolade. Krank. Also ich wäre verblüfft, wenn der Juli nicht immer heimlich von der Seite ein Stück reingeschoben hätte. Ja, was redest du da? Das habe ich auch nie gemacht, Mann. Nee, danke. Funktioniert natürlich nicht, aber es wird heimlich. Ich würde euch jetzt echt sagen, ich habe hier von hier eine genommen, von den drei, wo übrig waren, hier reingeschoben. Genau, ja, das will ich sagen. Habe ich nicht gemacht, dann. Ja, aber es ist ein lustiger Geck, würde ich sagen.